Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BursaDaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Freitag, den 10. Dezember. Gut, wir beginnen zunächst mit dem normalen Tagesschart im DAX. Wir befinden uns weiterhin in einer Aufwärtskorrektur nach der Abwärtsbewegung, nach dem Verlaufshoch bei 16.290 Punkten. Wir konnten innerhalb dieser Aufwärtskorrektur den 10er EMA und danach auch den 50er EMA nach oben überbieten, haben dann ein Verlaufshoch gebildet bei 15.834 Punkten, sind dann aber mit einer sehr bärischen Tageskerze aus dem Handel gegangen und haben dann letztendlich am Vortag weiter nachgegeben und sind auch unter den 50er EMA gefallen und letztendlich dann bei 15.639 Punkten aus dem Handel gegangen. In der Folge steht dann der 10er EMA im Fokus, der als Anlaufmarke dient bei einer Abwärtskorrektur im neuen Aufwärtstrend. Können wir uns also hier im Bereich des 10er EMA aktuell bei 15.573 Punkten erhalten und wieder ansteigen, dann wäre dies ein bullisches Signal und wir dürften dann höchstwahrscheinlich auch das Verlaufshoch bei 15.834 Punkten nach oben überbieten. Allerdings befinden wir uns vorbürstlich bereits unter dem 10er EMA bei 15.550 Punkten und könnten möglicherweise also hier nachhaltig unter den 10er EMA auch im regulären Handel nach 9 Uhr durchbrechen und dann letztendlich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen und Kurs nehmen auf den 200er EMA im Tagesschart bei 15.241 Punkten. Gut und dann machen wir weiter mit dem Wert Bayer, der ebenfalls zur Analyse für den DAX herangezogen kann. Bayer ist ein Schwergewicht im DAX und hat dementsprechend hohen Einfluss auf die Entwicklung im DAX. Wir befinden uns hier im Wert Bayer in einer langfristigen Abwärtsbewegung zunächst einmal im Wochenchart, wo wir uns in einem langfristigen Abwärts-Trendkanal befinden, aber auch hier im Tagesschart dann mit dem Verlaufshoch bei 51,84 Euro dann deutlich unter Druck gekommen sind und letztendlich dann bis 43,90 runtergefallen sind und hier zunächst einen Boden gebildet haben, dann eine Aufwärtskorrektur gestartet haben und in den vergangenen beiden Tagen dann zwei bärische Tagesketzen entwickelt haben, direkt hier am 10er EMA und nun möglicherweise dann vor einem erneuten Kursrutsch stehen könnten. Sollten wir hier nachhaltig unter den 10er EMA durchbrechen, dann dürfte sich der Abwärtstrend dann weiter fortsetzen und wir dürften dann letztendlich den Bereich um 44 Euro, die Unterstützung hier um 44 Euro anlaufen und dann möglicherweise auch das Verlaufstief bei 43,90 dann in der Folge unterschreiten. Die Lage hier ist also sehr bärisch einzustufen und es ist mit weiteren Kursrückgängen zu rechnen bei Bayer und dies dürfte sich dann auch natürlich auf den DAX auswirken. Gut und dann werfen wir noch einen Blick auf den S&P 500. Der S&P 500 befindet sich hier im Wochenchart in einem langfristig steigenden Trendkanal. Wir sind hier zuvor nach oben ausgebrochen, haben einen Verlaufshoch bei 4743 Punkten erreicht. Dieser Ausbruch hat sich aber als Bullenfalle herausgestellt. Wir sind dann wieder zurückgekommen in den Trendkanal, dann zurückgekehrt und letztendlich am Vortag dann bei 4667 Punkten aus dem Handel gegangen. Eine Rückeroberung der oberen Trendkanalbegrenzung hat bisher nicht stattgefunden. Wir konnten hier nicht nach oben ausbrechen und prallen nun möglicherweise erneut an der oberen Trendkanalbegrenzung nach unten ab und setzen dann den Abwärtstrend im Tagesschart weiter fort. Gut und damit wären wir dann wieder durch mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Freitag. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende, viel Erfolg im heutigen Trading und ich melde mich dann wieder am Montag mit dem ING Markets Morning Call und dem ING Markets Schadflash.